Niemand möchte im Alter arm sein, erst recht, wenn er sein Leben lang hart gearbeitet hat. Und vielleicht fragst du dich auch, du sagst, Mensch, ist das, was ich tue, eigentlich von Erfolg gekrönt? Kommt am Ende tatsächlich auch das raus, was ich erwarte? Und deswegen reden wir in diesem Video darüber, wie viel du verdienen musst und wie viel du sparen musst, um im Alter genug Lebensstandort oder einen ausreichenden Lebensstandort zu haben. Und glaube mir, die Zahlen sind absolut erstaunlich. Machen wir mal eine kurze gemeinsame Rechnung. Mal angenommen, du hast 2000 Euro ermittelt, die du brauchst, um einen vernünftigen Lebensstandort im Alter zu haben. Wichtig dabei ist, bitte nicht schätzen, sondern nimm dir ein Blatt Papier, schreib einfach mal auf, sag, was brauche ich monatlich, was könnte vielleicht wegfallen, was kommt vielleicht neu dazu, weil wenn du älter bist, dann willst du vielleicht dein Hobby mehr ausleben, wenn du das im Leben ein bisschen vernachlässigt hast. Vielleicht hast du aber auch noch ein paar Kosten, weil du einfach mehr medizinische Unterstützung brauchst und brauchst dafür noch Geld. Das heißt, wichtig ist, nicht schätzen, sondern rechnen. Und wichtig ist auch, dass du nicht zu geizig wirst bei deiner Berechnung, weil, wie gesagt, du willst ja auch im Alter noch gut leben. Und angenommen, du hättest heute 2500 Euro netto. Also einfach mal nur, um zwei Annahmen zu haben. Also du brauchst 2000 Euro für die Rente und angenommen, für heute verdienst du 2500 Euro. Und jetzt gibt es ein paar Sachen, die ich unterstellen möchte, die ich also berücksichtigen möchte. Das erste ist, du würdest ab jetzt in 20 Jahren in Rente gehen. Also du wärst jetzt praktisch heute beispielsweise 45, wenn du mit 65 in Rente gehst, dann hast du noch 20 Jahre Zeit bis zu deiner Rente. Das zweite, was wir berücksichtigen müssen, alles wird ja teurer. Also du siehst am Spritpreis oder überall am Strom oder an den Lebensmitteln, alles wird teurer. Das Ganze nennt sich ja Inflation. Und wir müssen ja berücksichtigen, dass du ja in den nächsten 20 Jahren auch eine Inflation hast. Und ich gehe mal so von durchschnittlich 3% aus. Und dann ergibt sich ja daraus, dass diese 2000 Euro, die du brauchst, ja im Alter viel mehr sein müssen, damit du ja dann umgerechnet wieder 2000 Euro in Kaufkraft hast. Also du brauchst auf dem Papier mehr, um die heute ermittelten 2000 Euro dann auch wieder als Gegenwert zu haben. Und damit brauchst du auf dem Papier, wenn man das rechnet, 3600 Euro. Also wenn du in 20 Jahren 3600 Euro auf dem Papier hast, dann entspricht das einer heutigen Kaufkraft von 2000 Euro. Dann müssen wir noch berücksichtigen, dass du ja als Rentner auch noch eine Krankenversicherung bezahlen musst. Das ist jetzt so ein bisschen vage, weil es könnte ja sein, dass du privat versichert bist. Das vierte, was wir noch haben, ist, dass du ja vielleicht auch noch Einkünfte hast. Also es ist ja nicht so, dass du jetzt komplett nackig dastehst im Alter, sondern du hast vielleicht in die gesetzliche Rentenversicherung einbezahlt. Also Beispiel, wenn du jetzt in die gesetzliche Rentenversicherung einbezahlt hast, dann deckt diese ungefähr 80% vom Netto ab. Das sind also ungefähr 2000 Euro, die immer wieder abziehen können. Und du kannst natürlich noch abziehen, das lassen wir jetzt hier der Einfachheit halber mal weg, wenn du jetzt Mieteinkünfte hättest oder wenn du noch sonstige Vorsorge, irgendwas hast, dann kannst du das natürlich auch abziehen. Das heißt, unterm Strich, bleiben jetzt 2000 Euro als Versorgung, um es einfach zu halten. Und die Steuer kommt auch noch, die ziehen wir aber später ab. So, und jetzt muss eben eins bewusst sein, ich habe das ja vorhin mit der Inflation erzählt, dass diese Inflation ja nicht nur die nächsten 20 Jahre geht, sondern auch ab dem Zeitpunkt, also wenn du mit 65 in Rente gehst, dann geht hier die Inflation weiter. Und das ist ein Punkt, das viele vernachlässigen. Das heißt, die Inflation hört mit dem Beginn deiner Rente nicht auf. Also muss deine monatliche Rente ja auch jedes Jahr steigen, um genau diese Inflation auszugleichen, weil du willst ja nicht jedes Jahr weniger in deinem Körbchen oder in deinem Warenkorb haben oder was weiß ich. Also du willst ja nicht dein Leben schlechter werden, sondern gleich bleiben und damit muss praktisch die Rente jedes Jahr steigen. Und jetzt ist die Frage, welche Sparrate ist denn dafür notwendig, um in 20 Jahren diese 2000 Euro in Kaufkraft zu erreichen? Und das Ganze ist natürlich abhängig vom Ertrag. Es ist logisch, wenn du mehr Ertrag bekommst, dann brauchst du dafür weniger Aufwand, weil ja dann der Zinseszinseffekt ja mehr für dich wirkt. Also brauchst du dann weniger ins Feld schmeißen, um dasselbe Ergebnis zu bekommen. Und auch da haben wir ein paar Voraussetzungen für diese Berechnung. Die erste Voraussetzung ist, ich unterstelle, dass du 25 Jahre lang deine Rente genießt und dann ist das Geld alle. Das heißt, laut dieser Berechnung hast du dann mit 90 keine Rente mehr. Der zweite Punkt, den ich berücksichtigen muss und möchte, ist natürlich, dass diese Rente, wie ich es vorhin gesagt habe, auch jedes Jahr um 3% steigt. Der dritte Punkt ist, wir unterstellen mal, dass dein Einkommen steigt. Ja, also es ist ja nicht so, dass dein Einkommen jetzt für die nächsten 20 Jahre auf dem Level von heute eingefroren ist, sondern wenn du mal in die Vergangenheit geschaut hast, dann ist ja dein Einkommen gestiegen. Und genau das können wir uns ja zunutze machen, dass du heute mit weniger anfängst und dafür jedes Jahr deine Sparrate erhöhst, sowie halt auch dein Einkommen jedes Jahr erhöht wird. Und das vierte, was ich natürlich berücksichtigen muss, ist die Steuer. Also wenn du Einkünfte hast, dann will der Staat auch immer sein Teil. Und das Ergebnis, Achtung, jetzt kommt der Hammer der Wahrheit, wenn du 4% Ertrag kriegen würdest, also sowohl jetzt in der Ansparphase als auch in der Rentenphase, dann müsstest du jetzt anfänglich 1.400 Euro, Monat für Monat 1.400 Euro sparen. Bei 8%, also wenn du jetzt sagst, hey, komm, ich schaffe das jetzt mit 8%, dann sind es anfänglich 750 Euro. Immer noch eine hohe Summe, weil wenn du überlegst, wir sind ja von 2.500 Euro ausgegangen, was du monatlich verdienst, das ist ungefähr ein Drittel deines Einkommens, müsstest du alleine für die Rente aufbringen. Und wenn man das so sieht, dann ist es schon frustrierend, gell, das ist schon irgendwo, man denkt, da brauche ich aber nicht anfangen, kann ich eigentlich gleich im Alter auf Hartz 4 machen? Nee, weil ich will dir nochmal ein Gegenbeispiel bringen, was man nämlich daraus lernen kann. Beispiel, wenn du stattst mit 45 anfängst, für deine Rente vorzusorgen, beispielsweise mit 30 anfängst, also 15 Jahre früher, du startest also mit 35 mit dem Ansparen und würdest auch 8% bekommen, dann müsstest du nämlich nur 422 Euro monatlich investieren, also eine Summe, die schon möglich ist. Und bei den 422 Euro habe ich auch wiederum die Steuer und die Inflation berücksichtigt. Also ein kurzes Zwischenfazit daraus. Das Erste ist, dass die Rente unterschätzt wird. Also viele denken, naja, dass sie mit weniger einfach schon irgendwas erreichen können und das ein Prinzip Hoffnung ist. Das ist nicht gut. Das Zweite ist, dass je früher, dass du anfängst, logischerweise, dich darum zu kümmern, Vermögen zu bilden, du das natürlich auch leicht erreichen kannst. Und Achtung, wenn du jetzt denkst, das ist heute zu spät. Nein, es ist natürlich nur wichtig zu erkennen, dass ich wenigstens jetzt eine Entscheidung fälle, das vernünftig anzugehen. Und dass es natürlich auch einfacher ist, mit einer abbezahlten Immobilie, das muss man natürlich auch sagen, weil dann kann ich natürlich im Alter auch noch meine abbezahlte Immobilie entgegenrechnen. Aber Achtung auch, dann dran denken, das Ding kostet natürlich auch Geld. Also sowas muss ja auch unterhalten werden. Das heißt, um das Ganze zu schaffen, brauchst du auf jeden Fall mal einen vernünftigen Ertrag. Also du brauchst einen guten Ertrag, sonst ist es gar nicht darstellbar. Also wenn man das so sich anschaut mit dem Durchschnittsertrag, was der Deutsche eigentlich so macht, also großen Teil Sparbuch und wie auch immer, und keinen vernünftigen Finanzplan und keine vernünftige Strategie und keinen vernünftigen professionellen Umgang mit Geld, dann tun die sich natürlich schon schwer, weil du brauchst, wie du in der Berechnung gesehen hast, einfach einen hohen Ertrag. Dann wird es leichter überhaupt erst möglich. Das ist ja der Punkt. Meistens, wenn ich den Ertrag nicht bekomme, ist es gar nicht erst möglich. Und dieser Ertrag, diese 8%, was ich gerechnet habe, das geht beispielsweise auch mit einem sogenannten Pantoffeldepot, so nenne ich das. Das heißt, einmal eingerichtet und laufen lassen. Wenn man das einmal vernünftig gemacht hat, dann könnte man nämlich so sinnbildlich sich in seine Kantoffeln, in seine Pantoffeln die Füße reinlegen und zurücklehnen. Geht nämlich auch. Also man braucht da gar nicht jetzt unbedingt ein Profi an der Börse zu werden. Das geht nämlich sogar auch als Laie. Und wichtig ist auch noch, dass du das mal weißt, dass das Ganze nicht unbedingt eine Rentenversicherung sein muss. Bitte nicht den Fehler machen und sagen, ich mache das alles über eine Rentenversicherung. Warum? Also eine Rentenversicherung kann ganz, ganz schnell ein Klotz am Bein werden. Und wichtig ist eben auch, dass du Profi im Umgang mit Geld wirst. Denn es ist eben ein Unterschied, ob du locker monatlich beispielsweise dir 1.000 Euro leisten kannst oder eben nur 100 Euro. Also locker heißt, dass es wirklich abfällt, ohne dass es irgendwo anders fehlt. Das Nächste ist auch, dass du dich weiterbilden musst, um das natürlich zu schaffen. Oder dass du dich weiterbilden solltest. Also dass du es schaffst, deine Arbeitskraft rentabler zu machen. Also dass du dich teurer am Markt verkaufen kannst und sich die Firmen um dich reißen und bereit sind, dir einen höheren Stundenlohn zu bezahlen. Dann fällt dir natürlich sowas auch leichter. Oder, dass du dich selbstständig machst zum Beispiel, dass du das nebenbei mal rantestest. Es gibt ja viele Möglichkeiten. Oder als Worst Case im schlimmsten Fall also dein Plan B, dass du sagst, okay, dann packe ich halt meine Koffer und gehe nach Bali, weil es dort halt einfach nur ein Zehntel von dem kostet in Deutschland. Oder du holst da jetzt ein kleines Grundstück mit einem Tiny House drauf. Und wenn du wissen willst, wie es einfacher geht, dann kannst du dich gerne bei mir melden und wir können mal eine individuelle Lösung für dich erarbeiten. Ansonsten ab hier liegt es an dir. Bis zum nächsten Video. Dein Michael. Ciao, ciao.